hallo hier ist renate und ich habe zum ersten mal im leben eine schön für mich box in händen von rossmann ich spiele da seit jahren mit und habe noch nie eine gewonnen dass immer eine verlosung einmal im monat am ersten dienstag im monat dienstags und mittwochs zeit sich da anzumelden und mit viel glück kriegt man dann eine also es ist mir nie geglückt aber eine ganz 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 liebe zuschauerin abonnentin die hat mir die schicken lassen über rossmann was machst du sammy gotter sammy liegt auf dem tablett was eigentlich dafür ist um was abzulegen aber anscheinend hat er sich jetzt abgelegt also ich soll nicht ihren namen sagen aber sie weiß natürlich wer es ist und ich finde das so 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 lief wirklich ich freue mich ganz groß wie gesagt ich habe noch nie eine gehabt und deshalb wollte ich auch gar nicht wissen was da drin ist machst du denn er spielt wieder die stupst mich ja und jetzt habe ich sie jetzt machen wir sie mal auf also so sieht sie aus und jetzt erstmal ein lila satin schleifchen das wird im bastelzimmer wandern stupst mich die ganze sammy ok dann kommt hier ein schwebi und da steht drauf schön für mich da steht mit meiner handtasche könnte ich spontan das land verlassen ja das stimmt tatsächlich das ist eine postkarte die man jemandem schicken kann und ich glaube das trifft echt auf viele frauen zu meine handtasche ist so groß und da ist wirklich für ziemlich alle notfälle was dabei also und die medikamente die ich immer brauche was gegen kopfschmerzen dann natürlich das tupst mich immer verrückter körper natürlich taschentücher papiertaschentücher geldbörsepapiere was habe ich denn noch alles drin es ist ja lippenstift natürlich lippenstift und pflegestift ja ein augenbrauenstift was habe ich denn noch alles natürlich eine maske auf jeden fall ist die immer so schwer ja die ist schwer was habe ich denn da vorne noch drin hinten ist die geldbörse und da unten ja ein handsanitarisch wie heißt das hier desinfiziertings gedürzt desinfizierflächchen und so allerlei da ist noch ein inhalierböhmchen weil ich ja erstmal habe naja viel jedenfalls viel viel zu viel wahrscheinlich aber ich brauche das alles könnte ja könnte ich alles davon eventuell brauchen Hustenbonbons da habe ich zum beispiel die nachbarin meiner verstorbenen schwester beim sechs wochenamt mitgerettet die die haben da ganz ein hochamt feierliches hochamt und dann wurde also dermaßen viel mit weihrauch gewedelt wirklich das habe ich noch nie erlebt die haben die ganze bestimmt 20 minuten lang weihrauch weihrauch und dann hat sie furchtbar Husten bekommen dann habe ich meine tasche gegriffen habe sie angestuppst und habe das gegeben und sie war sehr dankbar hat sie nach noch gesagt ja obwohl wir mussten an hatten alle war also echt weihrauch ja die maske konnten wir danach auch entsorgen ja da haben wir sofort draußen entsorgen neue genommen ach ja obwohl ich war auch eigentlich gerne ich nicht ich weiß ich schon ja egal also ich könnte mit meiner handtasche tatsächlich spontan das land verlassen was ich niemals täte denn ich kann nicht meine tiere reinpacken ich könnte das land verlassen ich könnte das land verlassen ohne tiere die könnte ich ja ins auto verlassen ja das auch war okay weiter geht es eine isane handcreme auch ich liebe handcreme brazil feeling mit kukui nuss öl kukui nuss aber das ist eine kokosnuss warum heißt die denn kukui nuss warum heißt die denn kukui nuss vielleicht heißt die in brasilien so man weiß es nicht ne mache ich mal auf und rieche das ist eindeutig kokos ja aber vielleicht heißt die kokosnuss in brasilien kokosnuss ja vielleicht heißt die in brasilien kokosnuss kokosnuss süß weißt du was soll ich dir dein handy bringen dann guckst du rein nein 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 du kannst ja nachgucken dann haben wir hier for your beauty we love nature ein lidschattenpinsel wenn das einen von deinen abonnenten interessieren sollte kann er ja selber dann nachgucken ach du bist ja so nett ich weiß verpackung und zu 100% recyceltem material klimaneutral und das ist ähm der pinsel ist ja auch toll gut jetzt kommt mein netter teil du wirst es nachher googeln und dann wirst du es runterschreiben er weiß dass ich das finde das ist auch wenn wir in den film gucken und ich sag dann woher kennen wir den und er sagt egal und ich denke gar nicht egal dann wird nachher gegoogelt und dann sage ich ihm das und dann ist es immer noch egal aber ich muss es wissen ähm so also wie gesagt liebe zur natur die griffe sind aus zertifiziertem bambusholz gefertigt ja kein holz wächst zu schnell wie bambus und da ist auch noch ganz niedlich hier so ein schmetterling eingebrannt und for your beauty süß ich habe noch gar keinen make up pinsel aus holz ne doch lackiertes holz ja ja aber noch nicht so hier ist was für dich guck mal rotbäckchen ja hat man im letzten auch schon hat man neulich auch genau ich glaube in der barbara box könnte es sein oder in der brandnews box ich weiß nicht mehr auf jeden fall das kriegt immer der herr des hauses in irgendeiner war da genau gib her ich trinke direkt ja gerne das haben wir auch beide als Kinder bekommen damals war die schlechte Zeit man muss es wirklich sagen da waren irgendwie alle noch sehr arm wir sind beide 1956 geboren und im nachhinein muss man sagen das war ja so kurz erst nach dem Krieg aber für uns war das ja ewig her mein papa der sagte immer wenn die russen kommen dann erschieße ich mich und dann wir kleinen wenn die russen kommen dann erschieße ich mich wir wussten nicht was die russen sind wir wussten auch nicht was erschießen ist also aber es war wirklich recht kurz nach dem Krieg ne elf Jahre also als er auf die welt kam und dann als kleine Kinder ja und jedenfalls ähm war es damals üblich man sollte Butter essen ich ekele mich bis heute dafür da hat mir keiner Butter reingekriegt in mich auch keine Margarine oder sowas und natürlich Rotbäckchen jeden Tag und Tetravitol Multivitamin ein Löffel jeden Tag ah das haben wir gerne gehabt sowohl Rotbäckchen als auch das ist leer das ist wirklich leer ähm als auch Tetravitol ach das war ja die reinste Süßigkeit und Süßigkeiten gab es eigentlich nur wirklich höchst selten damals so dann haben wir hier von Naturebox Reparaturkur Hairshot das klingt ja toll mit fünfmal mehr kaltgepresstem Öl als was mehr als was als das vorherige wahrscheinlich Reparaturkur gut meine Haare sind jetzt nicht kaputt aber das schadet denen auch nichts ne bis zu drei Anwendungen ah steht denn da wie ich das mache ne werde ich bei denen auf der Seite mal gucken wo ich was falsch mache ach hier kann man drehen ne kann man nicht abmachen dann muss ich bei denen auf der Seite mal gucken weil ich hatte noch nie einen Reparaturkur Hairshot ich freue mich jetzt so und so so viele tolle Sachen da kommt noch ein Pinsel ne zwei Pinsel ein Augensmudgerpinsel und auch mit Bambusgriff ja das ist der Augensmudgerpinsel was macht man mit einem Augensmudgerpinsel na ja da steht Bambus ich nehme an die Augen danke ich weiß wirklich nicht ja wenn du soweit nicht weißt musst du mich fragen alter Beauty Experte na gut dann muss ich auch noch googeln was man mit einem Augensmudgerpinsel macht das ist so ein kleiner abgerundeter ich denke das ist so einer mit einem Niedschatten auch und dann tupf 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 auf derselben Stelle und dann mit dem da vielleicht verblenden so denke ich nicht denken nachsehen ja ich werde nachsehen ja weil es dich so brennend interessiert werde ich nachschauen ja selbstverständlich du weißt doch oh ein Gesichtshaarentferner ja oh das ist so eine orientalische Methode ne das ist mit so einer Spirale hier ja das ist so eine orientalische Methode die machen das immer mit so einem Gartenband mit so einem Faden ähm oder weißt du das mir jetzt schon die Haare hoch geben bei dem Gedanken da dran wie weh das tut aber ich epiliere ja auch ne du wirst es testen ich epiliere auch das ist ja sehr ähnlich der reißt ja auch aber wirklich ich meine die Haare hoch weil es immer weh tut aber was tut man nicht alles ne da ist da ist da ist aufgebildert wie es geht also ein bisschen auseinanderziehen oder ich werde es ich werde das machen denn ich liebe das wenn auch wenn irgendwo ein Härchen in meinem Gesicht ist werde ich verrückt oder am Hals und dann sehe ich das dann sehe ich das gar nicht ne deshalb das Epiliere Gerät das ist wunderbar blum blum alles weg okay ach hier gibt es gar keine Beschreibung irgendwie das muss man ach wie gesagt ich hatte die noch nie eine Revolution Palette Reloaded Velvet Rose toll sogar eine Palette drin und dann auch noch von Revolution liebe Abonnentin ich bin dir so dankbar wirklich noch nie gehabt ja ich liebe Revolution Paletten ähm ich hab so einige mehr dann haben wir ja auch erstmal wieder Dinkelherzen in Vollmilchschokolade wir hatten schon mal Dinkelplätzchen ähm weiß ich aber nicht mehr war irgendwo auch ein Paket drin ähm wahre Knusperliebe 32% Dinkel und 2% Weizen mit 55% Vollmilchschokolade ähm ähm wenn wir zur Osteopathie gehen dann ist bei Häuser weiter so ein toller Bäcker und da holen wir uns dann nachher immer eine Dinkelapfeltasche genau und selbst wenn wir die an dem Tag nicht essen die schmeckt sogar 2 Tage danach immer noch so saftig und frisch ne also wir locken die ein Glaslock Deckel drauf ich erzähl dir da viel nebenher ne ich wollte ja eigentlich nur auspacken und ich finde das so so lieb liebe Abonnentin deren Namen ich nicht nenne das ist wirklich so lieb von Ena Bio Dinkel Doppelkekse ah auch mit Kakaokep auch Dinkel also seit diesen Dinkelapfeltaschen bin ich echt überzeugt von Dinkel ich habe auch Dinkelmehl da und habe ja auch schon damit Brot gebacken mit Dinkelmehl und anderen Weizenmehl habe ich sogar nicht gegessen ja hatte gut geschmeckt dann was Feines von Neutrogena Hydroboost ein Hyaluron Konzentrat mit Pipette toll rot von Rival Heart Me Love Me ich weiß immer nicht genau wie die selber sich nennen eine Lippenmaske mit Scheerrutter sowas liebe ich ja das ist ja wie Lippenpflegestift nur ein Döschen vorn müssen wir mal auspacken oh wie süß das hat sogar Farbe Pink ich habe auch heute Pink drauf bisschen Pink weil ich dachte zu hellblau passt Pink toll ich weiß nicht ob es riecht aber toll niedlich schön und noch zwei Sachen ein Lippenpflegestift ein Lippenpeelingstick von Rival mit Kokosöl ein Lippenpeelingstift auch in so einem zarten Aprikot mit Zuckerkristallen toll mein Lieblings Lippenpeelingstift ist von Manacadar also wer den einmal gehabt hat das ist echt das allerbeste wirklich so und dann haben wir hier mit AHA Säure Bio Vegan Skin Food heißt die Sorte und das ist Organic Papaya ein Nachtserum mit 2% AHA Säure für alle Hauttypen toll Bio Vegan heißt die Sorte die Marke 30 Milliliter kann ich auch mal rausholen also da ist ganz schön was drin ne in der kleinen sofern ist die ja gar nicht in der Box da so schauts aus ein Nachtserum kommt dann unter die Nachtcreme toll so viel zum ausprobieren ne also ist das nicht lieb? war das nicht lieb? das war sehr sehr lieb vielen 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 Dank ich freu mich wirklich wirklich riesig denn ich hatte noch nie Glück mit der Box und das ist toll vielen vielen Dank aber das habe ich dir auch schon selber gesagt und das werde ich auch nochmal sagen jetzt da ich es ausgefragt habe Dankeschön dieses Herzchen nur für dich so und jetzt machst du noch eins für die anderen und ich mach eins für alle anderen Dankeschön die Lieben bis dann tschüss mit mit auch wir sind die